Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Rennsaison 2024 startet demnächst. Ihr seht schon, es ist ein mega geiler Sonnenschein, mega schönes Wetter. Man hat schon richtig Bock loszulegen. Und jetzt kommt erstmal mein super geiles neues Intro. Danke an Matthias für das super schöne Geschenk. Also zieht euch das rein und danach geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zurück hier auf einem neuen Video von mir. Und ich habe euch ja schon eine ganze Weile versprochen, dass ich mal ganz kurz erzählen möchte. Beziehungsweise habe ich schon ganz oft angeteasert, was sich in der Saison 2024 für mich persönlich ändert. Und man kann es vielleicht unschwer erkennen, es glitzert wunderschön. Es sind wunderschöne bunte Farben und ich habe ein komplett neues Outfit bekommen, weil ich demnächst jetzt im ET Racing Team von der Eva Teuber starten werde. Also ich bin da jetzt mit im Team drin und werde da auf jeden Fall meine Rennsaison mit den Mädels zusammen verbringen. Das wird auf jeden Fall mega geil. Ich bin sehr, sehr dolle gespannt. Ich kenne viele Mädels schon persönlich. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges an Videos auch. Also gerade was so Mädels angeht, die mit mir zusammen ein Duro fahren. Das wird ganz cool. Wie gesagt, man erkennt natürlich hier, dass ein ganz neues Dekor dran ist. Dass ich jetzt auch wirklich unterstützt werde von Apo Carbon, der jetzt extra für mich noch Carbon-Teile anfertigt. Da kommen demnächst noch ein paar Sachen. Da werde ich dann nochmal genauer drauf eingehen. Und wie gesagt, hier das super geile Dekor, was wir bekommen haben. Also ein großes Dankeschön da auf jeden Fall ans Team, dass sie uns sowas ermöglichen. Der Hauptsponsor des Ganzen ist natürlich auch Fink-Moto. Das sieht man auch auf meinen Klamotten. Also die werden uns auch in dieser Zeit begleiten. Und wir werden auch auf jeden Fall mit einem Rennteam da sein. Was auch sehr cool ist und ich mich auch sehr, sehr dolle freue, ist natürlich das von RMA Offroad Shop. Dass mich da Mirko noch gut mit unterstützt. Dass er immer für mich da ist. Da hoffen wir mal ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Hab dich auch hier mit drauf verewigt auf dem Jersey, weil mir das sehr wichtig ist persönlich. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was die Rennsaison bringt und ja, ganz viele andere Sachen natürlich noch am Motorrad umgebaut, umgeändert. Genau, dazu machen wir ein Poren. Aber es ist ein bisschen was verändert. Es kommt noch eine neue Sitzbank drauf. Das ist also eine neue Sitzbankbezug. Das ist noch ganz wichtig. Und ansonsten sind die Ports noch gleich. Was aber noch anders ist, das möchte ich ganz kurz nochmal sagen. Ich habe jetzt einen neuen Guttungshebel. Das ist eine von Dr. Dirt. Easy Pool. Pool? Pool? Easy, Easy Pool, genau. Also damit werde ich jetzt dann auf jeden Fall nochmal ein paar Erfahrungen sammeln. Vielleicht habt ihr ja Bock, darüber noch mehr zu erfahren. Dann kann ich euch auch gerne dazu nochmal ein Video machen. Schreibt das auch unbedingt in die Kommentare, was ihr gerne wissen wollt, was an dem Motorrad verändert ist. Dass man eben eine Hard-Enduro-Series mitfahren kann und auch andere diverse Hard-Enduro-Rennen. Und da einfach auch als Frau mit kurzen Beinen eben safe dabei zu sein. Genau. Wenn euch da noch was einfällt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich da sehr freuen. Wenn ihr noch wissen wollt, was das hier für Klamotten sind. Also uns unterstützt ebenso Rippin als Klamottensponsor. Da freue ich mich sehr drauf, also auch mal die Klamotten auszuprobieren. Also es ist jetzt schon sehr, sehr angenehm zu tragen. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst die Spiele beginnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.